Die nächsten Rassen, die in Star Stable reinkommen, sind jetzt als Umfrage verfügbar und ihr könnt selber mit abstimmen, welche Rasse ihr in Star Stable haben möchtet. Dafür müsst ihr einfach nur auf die Umfrageseite, die sich in eurem Launcher aufbaut. Sobald ihr den Launcher öffnet, könnt ihr an der Umfrage teilnehmen, aber wichtig, die Umfrage ist nur in Englisch. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal im Detail drauf ein, was ihr da alles überhaupt entscheiden könnt. Also ihr kommt über die Umfrage, wenn ihr einfach hier bei dieser Launcher-Seite euch dann nämlich oben auf dieses ganze Profil-Dings dann da draufklickt. So kommt ihr auf die Umfrage und was haben wir eigentlich? Die erste Frage, which breed of horses do you want in the game? We are wondering which horse breeds you would love to see in Star Stable. If you don't recognize, breed, don't worry, pick between the ones you do recognize. Also sie sagen ganz klar, welche von diesen Rassen hättet ihr gerne in Star Stable. Und wenn ihr diese nicht erkennt, wenn ihr sie nicht kennt, kein Problem, wählt einfach welche, die ihr kennt. Und man soll bis zu drei wählen. Pick up to heißt drei oder weniger. Und hier sehen wir Sachen wie Klar Druba, American Saddle Bread, Swedish Warm Blood. Also ein paar Sachen, wo wir auch schon teilweise sehr ähnliche Versionen auch drinnen haben. Und boah, da gibt es ein paar, die ich... Oh mein Gott, das ist ja mega süß. Das Bashkir finde ich sehr cute. Dann Morab finde ich auch ist ein sehr, sehr schönes Pferd. Oh, Black Forest Horse mag ich auch. Und ein paar Dinge von den Pferden, vor allem... Ich frage mich selber, was machen sie mit den Pferden? Weil ein paar von denen sind ja auch schon im Spiel. Und da frage ich mich persönlich, sollte man jetzt eigentlich die auch nochmal wählen, wenn die teilweise schon drinnen sind? Vielleicht sollte ich auch einfach sagen, weil ich liebe Fjordpferde zum Beispiel auch sehr. Oh mein Gott, das Source ist auch so süß. Also es gibt hier ein paar, die crazy süß sind. Hey, Moment, ich sollte eigentlich nur... Ja, machen wir so, machen wir so. How much do you know about horses? Also wie sehr kennst du dich mit Pferden aus? The most I know all of the alternatives about me and such more. A lot. Also hier sagt er, wie gut ist euer Wissen über Pferde? Ich weiß sozusagen alles, ich weiß viel, ich weiß ein bisschen was, nicht so viel. Ja, also über die Zeit, glaube ich, bin ich so von ein bisschen auf schon ein bisschen mehr. Machen wir es mal so hier. Und dann gehen wir weiter in der Umfrage. Und das war es im Endeffekt auch schon von der Umfrage her. Das ist genau das, worum es gerade geht, Star Sibyl. Ich weiß nicht genau, was sie mit der Umfrage bezwecken selber, weil es ja doch einige Pferde schon im Spiel gibt. Vielleicht planen sie da auch schon so ein bisschen, welche Pferde möchtet ihr als Generation 4 so als erstes sehen? Weil das Generation, vielleicht gibt es auch ein Upgrade für das Fjordpferd oder so. Ich tippe eher darauf, dass sie bei ein paar Sachen die Umfrage dazu nehmen, um zu gucken, an was bauen sie vielleicht schon auf der Generation 4 Schiene. Ich bin gespannt. Was habt ihr so gewählt? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.